hallo und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 5 oder Grand Theft Auto 5 wie manche auch nennen das ist ja noch nie hinten bei Chopper gewesen oder bei Chop irgendwo hier muss er da sein ah hier ist die 100 okay genau wir können ja auch irgendwas halt der zwei gedrückt wenn er mit Chop kassi geht kann Franklin den Ball aus seinem Waffenrat abortieren lassen okay auf dem Rad los ist ja cool ja ich hab ihn wieder aufgehoben hm können wir eigentlich irgendwo mit Chop irgendwo hinfahren Chop kommen wir mit ey kommen wir vorher mal an den Strand ja komm rein ach die Tücke für alle aha oder da setze ich mir mal schnell den Wegpunkt ja eigentlich hier so hier ist ganz viel war cool oder hier so jawoll jawoll wir wollen mal mit unserem Hund bisschen spielen hä naja oh 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 die machen wir Autoschrott sehr geil mit dem Hund bisschen Gassi gehen ihr könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben wer den z.B. Hund hat ich habe z.B. leider keinen Hund und auch keine Katze aber ich habe vor einem Jahr ne vor einem halben Jahr bei meinen na Frau Mutter und mit ihrem neuen Freund oder Ehegatten gewohnt die hatten Hund Katze die hatten alles also so den Bauernhof also nicht dass ich jetzt hier kein Tierlieb wäre äh nicht Tierlieb wäre aber bin ich definitiv ich mag das aber für mich jetzt hier ein Hund ist vielleicht ein bisschen zu ja ne so ich würde sagen wir packen hier so 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 cool wie ihr zuerst den Hund rauslässt schon komm her konnte man nicht irgendwie pfeifen ja hol ich komm mit na cool ah das macht Gaudi danke hier los haha so cool mit dem Strand auf dem Wasser springt hm sehr gut kann man ja nicht irgendeine streicheln hä hä ey du bist so cool ey ja ja na komm hol los wer zuerst da ist los oh alles zu gehen stich geschlagen aus Versehen Bisschen Gangster Junge cool hier nochmal ja macht sogar noch ein bisschen bisschen krasser irgendwie komm so ah oh ins Feuer schmeißen ne das machen wir lieber nicht hier ja ja ist noch nicht im Wasser mit Hundi Gassi gehen so da geht mal her es ist weg ne ah ich hab'n los oh das ist ja doof Tatsache los komm sehr gut kann ich ja auch jemanden mit dem Ball anwerfen geht sagst du hier hohhohhoh schade ist er oder was ist denn vogel ach los chop So ein feiner Hund Was denk ich wenn ich für den Hund wegrenne Scheiße Da war ich hingelegt Na komm Das drücke eins um den Job wegzuschicken Nee Kann ich sie nicht irgendwie noch streicheln Oh Was bedeutet eigentlich Zufriedenheit ist er jetzt zufrieden oder ist er nicht zufrieden Ja Komm wir gehen wieder zurück zum Haus Einfach mal so einen Tag verbracht in Los Santos mit dem Hund Danke Komm Komm her Ah sehr gut Na komm Na komm Machen wir wieder auf die Perspektive hin Achso am besten auch wenn wir die Videos immer in 1080p angucken Wenn das natürlich bei euch möglich ist Oh Jetzt Na komm Na komm Na komm Sehr gut Machen wir wieder auf die Perspektive hier Ach So komm Die ist schon offen Dann ist auch die ganze Zeit so offen da Na Er greift rüber ok So Frank Frank Genau Mal gucken was uns da noch so erwartet Alles mit Hund ist schon cool Bisschen mal Gassi gegangen Naja Ja 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 Komm ich hier so hoch Natürlich nicht Kommen wir hier hoch? Oh Hm Das ist ja doof Müssen wir doch anders lang fahren Aber wir fahren doch die vorgegebene Strecke Ist meistens wohl besser Kann man sich eigentlich an der Tagesstelle hinstellen? Ich weiß gar nicht, konnte man da irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht Na gut, dann fahren wir wieder weiter Boah So Es wird jetzt schon schön dunkel Wieder in Los Santos Oh, oben in Zeppelin Bestimmt gerade Michael So Ach, so wischend Ich stelle dir unser Auto einfach so hin Ich mache hier die Tür zu Da Komm, wir gehen mal rein Na, ist der Hund auf einmal weg Schade Das Auto steht auch nicht da Oh 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 Ich bin sehr gut. Hallo. Ich will nicht wissen. Franklin! Was ist hier? Franklin, was machst du hier? Ich wohne hier. Das ist auch meine Haus. Insofern, Magentia ist reinvigoriert meine Femininität. Also mach dich Angst, Junge. Geh! Und bleib aus dem Problem! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gute? Was ist das? Was ist das? We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you're back home. Glad you're here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey! Yo, motherfucker, I know little niggas like you've been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? Alright, alright. You keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Whoa, 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 chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerve. The nigga get on my nerve, too, man. Part of the nigga charm, man. Come on, man. This must move, man. You gonna drive what, Phil? Drive where? Pick up this E, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on. Y'all niggas act like girls. Shit, not me. Shit. Ja, da drüben steht mein Auto. Ich muss euer Dinge fahren. Ich will mich verarschen. Wer gibt dich zu Ammonition? Das werden wir doch tun. Aber das Ding ist... Ammonition. Halt! Ich will mich nachher stehen. Ich will diese drüben stellen. Oh, oh, oh! Hä? 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 Wo soll ich mich denn hier hinstellen? also jetzt einfach rein komisch ist er gerade bestanden Was ist das? Na kommt. Willkommen bei Ammonation. Ich kaufe eine Pump-Action und finde mit taktischem Licht. Gut. Du Schalldämpfer. Begib dich zu den Treffen bei den Recyclinganlagen. Los, steigt allein, schnell! Hier, 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 hier! Ja! Ich glaube, hier ist es nicht mit der, wunderschöne. Ein Marc, wie das zu einer OG ausgesprochen ist. Ja, das ist ein Veränder, ist! Wunderschöne jetzt ist das Lame, jetzt! Angehörig, Lamar hat dich zu sagen. Nein, nein, nicht jetzt, Junge. Was ist passiert? Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist nichts. Man, Ideen sind nicht Ihr strong suit. So, einfach es. Es ist nichts mit dem Real, Junge. Wenn es etwas mit dem Real ist, wir reden. Bullshit, man. Es ist mehr als das hier. Hey, wir treffen ihn hier. Wie findest du diesen Ort? Homie setze es. Das ist der Ort, wo wir nicht werden. Das ist das, was mich überrascht. Ich bin eher ein Hid-in-the-Plain-Sight-Type. Nein, du bist eher ein Punk-Bitch-Type. Das ist das, was du? Wir haben das, was du mit dem Papier hat. Ich spreche über Buku-Bus. Lamar Davies. Was ist alles cool? Was ist das, was du? Alles cool? Hold on, Mann. Was ist das? Man, du warst gerade an diesen Mann. Komm, Mann. Wir sind nicht wirklich richtig. D, mein Mann, hat gerade raus, hat einen Zeitpunkt mit einem von deinen Mann. Hey, das ist nicht mit dir, Mann. Du kennst diese Mannschaft. Yo, what the fuck is this trick talking about, man? What's that? Yeah, 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 yeah. Somebody crissing on us? They put a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police door, it's some ballers, bullshit. Nigga, that's some bull shit. Hey, what the set up, nigga? This shit fucked up. Fuck you, nigga. They're fucking fucked up, shit. Oh, bitch-ass ballers. Fuck, Alter, der hat uns verarscht. Oh. Alter, Schwede. Der hat uns verarscht. Aber der Lamar ist auch blöd, wie... Ganz ehrlich. Wow. Alter. Huch. Geh weg, Lamar. So. Verdammt, Alter. Aber das... Im Original fand ich es nicht so cool. Huch. Wenn ich klar, erstmal nach. Sicher ist sicher. Oh. Alter. geh mal bitte mal in die perspektive nachladen jawohl aber dass ich so weit hier so okay ist nix Fuck, Alter. Alter, zieh da auf die. Jawoll. So. Guck mal hoch hier, du Arsch. Oh, 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 oh. Kann ich einfach das Ding hier ausschießen? Jetzt müsstest du explodieren. Aber hier ist Heilung, Jungs. Nimm das mal die Heilung mit. Ich geh jetzt rein, oder was? Huh? Wow. Mich kennen die GTU vor. Okay. Los, durch. Wow. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Wir kommen auf den Schrottplatz. Ah, hier. Oh Gott, schnell. Weg, 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 weg. Okay. Oh. Okay. Okay, hier rüber. Warte, flammer. Was denn nun? Hier rein. Steigt ein. Weg hier. Wow. Oh Gott, weg. Oh Gott, weg. Okay. Weg hier. Oh, hab ich mich schon da gesehen? Ui. Ach, scheiße, ich verkleinere vor uns. Mal lange so hinterher fahren. Komm schon. Oh, ho, 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 ho. Von vorne kommt einer. Oh. danke weg hier zu frankens haus ja ich begebe mich zu frankens haus aber eine coole mission aber ich muss ein auto geklaut so bestanden neuer kontakt stretch kopfschüsse 2 von 10 ja gut unversehrt mission zeit okay ja gut dann sage ich hier auf deutsch und sehen dass wir nächste wieder leistet gut gehen haut rein tschüss